Du hast recht. Stimmt. So warm. Sorry, jetzt noch ein bisschen. Okay, jetzt weiß ich nicht, was passiert. Moment, Moment, Moment. Ich habe mir gestern extra meine Haare gemacht. Ja, okay, okay, ich weiß. Mund auf. Sie kann gleich nicht atmen, die Arme. Jetzt du. Mach, Mama kann das, hast du gesehen? Wer kann, der kann.